ein wunder das ein wunder doch ein wunder ist geschehen was es lag nicht mehr ja dort durch dann oben auf dem werk hat es ein schaf dann weiter oben hat es noch ein schwein okay ich will es dann kannst du ja xp bekommen dann könntest du nämlich soll ich mir ein goldschwert dann machen oder nee bald das steinschwert okay denkst du ja ich denke schon das goldschwert denke ich würde mehr schaden machen nein nicht unbedingt oder tatsächlich kannst du es war ein von der kist wird schäfer kist jetzt ist noch mehr ich brauche nicht fünf holle steinschwerter ja aber hast überhaupt sticks ja okay bringt jetzt das schaue ist dex habe ich okay bring jetzt ein nein ja dort ziehst du es ja ich sehe es weiter oben hast du ein schwein ja ich weiß so irgendwie sollst du dort auch sechsen noch 16 war also 40 minuten kann es gehen nicht bleibt daten gibt schlagen ist doch einfach von unten danke mein Gott mir so gar nichts gegeben fast dort oben hat es ein schwein ne ja aber du kommst du irgendwie nicht hin kommst du nicht klug hin da hättest du schon oder ja da hättest du schon ein wunder das hm ein wunder doch ein wunder ist geschehen was es lag nicht mehr oh sorry kollege und einer ist ein weiterer ist gestorben ah wird es gern drin sind jetzt schon keine ahnung wie gut ausgerüstet danke Render Distance Fahrt geht endlich wieder gut ho was haben wir denn hier was muss ich hier machen er was was ist hier eine Wand wo bist du warte äh lol ach so ja das kann ich so gut wissen weißt du kann ich ja durch oder ja ich musste wahrscheinlich äh warte ich kann dir mal schauen was die anderen noch haben hier hat es einer der ist ausgerüstet mit soll ich da versuchen durchzuschießen warte mal na kannst du warte jetzt hm ne ich probier's lieber nicht hier hat es einer der ist ausgerüstet mit nehm mit lol der hat gar kein Schwert und der hat nur ne äh Chan Chessplate kann ich dir noch sagen dann hat es einer der hat ein Eisenschwert steht am spawn rum ein bisschen und räumt die Kisten aus ja ok dann hat er irgendwann was gut und dann hat es hier noch einer der hat ein Steinschwert und ne ähm ähm Mütze und Hose dann haben wir ah das bist du und dann haben oh nee dann haben wir noch einer was ist jetzt nehm Joe Diamond weißt du ja das freut mich für ihn mhm mhm ich will einen Speck was ist er jetzt ah und der hat der ist etwa gleich gut wie du ausgerüstet ok ja der hat sogar noch ein bisschen weniger ja du weißt schon ich hab ne goldige Mütze ja ja ich weiß und ne der ist schlechter ausgerüstet als du ok freut mich ok er hat aber er hat Schuhe Jan nein lol was von was Eisen scheiße ok das ist kein harter Schlag für mich ja Eisenschuhe mein Gott alter warum sind eigentlich plötzlich die äh hier so die äh man das haben Wolken nein Wolken an aus an hier kann man irgendwo doch einstellen wo Cloud sei genau 100% what the fuck Himmel wird rot wenn ihr immer steht man wo bist du wieder hin ich flieg mal so einen Berg hoch hier hier hat's doch was oder nicht nein jetzt nichts oh genau ich kenne mich so mit der Map so gar nicht aus vielleicht merkt man das oh lol achso was war nichts ah man dein Stuhl nein nein das meinte ich nicht ich weiß aber dein Stuhl quietscht quietschi ok Gott ich hoffe dass man jetzt das Skype nicht zieht bei der Aufnahme Schwerz oh dort hat's ne Windmühle ich weiß ich bewege mich gerade drauf zu lol Mann du bist ja gar ah dort bist du ach komm ich ist nix hier was hast du eigentlich für ein Texture Pack drin hier hat das eine Kiste sogar zwei hallo ich wollte was fragen äh was hast du für ein Texture Pack drin äh ich hab keine Ahnung hier hat's ne Workbench wirklich? ja in der Mühle drin komm schon wieso kann ich diese Kiste dort nicht öffnen warte du hast kein Texture Pack drin oder was? ja warum nicht? wieso kann ich diese Kiste hier nicht öffnen das steigen sie von oben ran oder so ah hier ne ah nee warte ne die ist zu was soll der Scheiß egal komm nicht geh weiter rauf jetzt nichts mehr da oben ne sicher dass es hier nichts mehr hat ah ich hab jetzt geschaut in der Mühle hat's ne ne eben ne Workbench so gleich mal nach dem Ding rein klauen da oben hat's ne ne Workbench ne das ist nützlich dort unten hat's Feuer das hier auch was hallo das geht gar nicht ja das hat ja hast du jetzt was gecraftet ne ich muss jetzt erst mal hoch hier wegen sie du kannst nicht hoch nicht? aber rein und ich seh die Welt Mensch ok was soll ich mehr craften keine Ahnung Goldschwert bist du eigentlich Level 1 nicht oder? immer noch nicht nehm ich jetzt mal einen oder? Level 1 ne noch nicht ich hätte einen Diamanten aber was will ich mit einem Diamanten? ne Schaufel aber ich weiß was ich mir jetzt gleich mal mache einen Golden Apple ahja das ist ne kluge Wahl ich denke jetzt mal gut okay dann kann ich mir auch gleich noch was anderes dann machen ich denke jetzt mal diese Kiste ist leer scheiße was? ist sie leer? keine Ahnung ich kann hier nicht reinschauen welche? deine wenn du welche wo bist denn du? äh warte naja alter wieso wenn du jetzt hier hinter ähm so hinter die Mühle gehst und einfach den Berg runter und zweiter unten so ein Weg äh mit Feuer naja ich seh ihn dort und wenn du den lang gehst kommst du zu so einem kleinen Camp dann werde ich jetzt was ich hab 30 FPS aber irgendwie spackt dass die äh die Grafik gerade ein bisschen rum hier bei mir das sie voll geil aus ey was? ich zoome so grad mit Optifine zu dir ran so wie du so den Berg runterläufst ich hätte nichts mehr craften können groß sein leiblich mehr hinter dem Baum stehen wieso? ich hab dich nicht im Bild und jetzt? ja jetzt geht's immer noch ein bisschen raufschauen und hier ups hier vielleicht einfach weiter rauf äh und wenn du äh geh vom Weg links durch am besten ah dort hat's ja was hier links durch ne hier hat sich ja irgendwo noch eine Kiste drin ne wettest du? keine Ahnung hier wahrscheinlich in diesem großen Teil hier ich meine das sieht sehr verdächtig oh nein hier hat's nichts drin aber ich geh mal weiter nee nee gar nicht hat sie drin ne aber die ist leer ah da war vor schon den hab ich spectated jetzt gehst du einfach weiter ah da bist du sorry falls jetzt gerade ein bisschen laggt aber ich muss was schon eigentlich was gemerkt bei den Langer Games stirbt immer zuerst ich hä? ich sterbe immer zuerst ja ich merk's das liegt daran da du zu wenig Skipper hast die ist leer und in dem Fall die wahrscheinlich auch ja oh ja jetzt was kannst du bei mir schauen kannst du bei mir schauen dass ich nichts übersehe oder so er hat's ein riesiger See und hier hat's einen riesigen Baum glaube ich oder einfach sehr viele äh 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 oh da bewerten sich zwei fallen der mit dem dem wo ich gleich stark wie dich angeschätzt habe hat gewonnen ok vielleicht mehr Skills kann schon sein kann schon sein ich blubber oh hast du Rotten Flash gegessen Jups Idiot ne bin ich nicht oh was haben wir denn hier hier hat's nen Weg hier unter dem Wasser nein nein ich bin gar nicht bei dir ich hab was unter dem sag ich gefunden ne ok ich bin tot ah ja geht's zum Spawn und der andere der lungert nur beim Spawn oh 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 Battle da gibt's nen Battle der andere hat dabei gerade einen Golden Apple gegessen schon sein Leben jetzt generiert oh du bist mitten drin ok es ist das ist das Match achst du achst du Achtung einer von uns nein ja ok äh ich ich hatte im Fall Glück dass es jetzt gerade Deadmatch war weil sonst wäre ich direkt durch ähm die Lava gestorben haha der Dennis hat gewonnen der Dennis äh wie viel 1 0 5 oder so ja gut äh ja ich würde sagen Peter Griffin was äh steht bei mir im Minecraft ähm ja ich würde sagen ich hoffe es hat euch gefallen es war mal ein bisschen spannend hier ne mhm uah uah ja das wollen wir nicht wissen ok ähm ja aber ich würde sagen tschau Leute haut rein bis zum nächsten Mal tschüss bye bye